Yo liebe Leute, schönen guten Tag, willkommen zu einem neuen Mario Odyssey Video und heute will ich mal die Frage klären, kann man Mario Odyssey durchspielen ohne einen Gegner zu kapern, also ohne irgendwie einen Gegner zu übernehmen und seine Fähigkeiten zu kriegen Leute, das ist die Frage für heute und erstmal vorweg gesagt, nein, natürlich nicht, man kommt ja nicht mal aus dem Cap Kingdom, weil man muss ja dort den Elektrodraht kapern, um letztendlich ins Cascade Königreich zu kommen und das wird auch schon als kapern gezählt. Ihr wisst ja alle, ich hab das Video gemacht, dass man das Tutorial ohne den Frosch schaffen kann und solche kleinen Passagen gibt es in Mario Odyssey überall Leute, ihr könnt also das Spiel weitestgehend durchspielen ohne Gegner zu kapern und zwar liegt zur Zeit der Rekord bei den wenigsten Kaperungen in einem Durchlauf bei 15 Leute, mit nur 15 Kaperungen kann man das Spiel durchspielen und es hat sich sogar zu einer Speedrun Kategorie herausgestellt und das sind immer nur so Pflichtsachen, die man kapert, wie zum Beispiel der Panzer bei dem Metall Wiggler oder auch Hauser am Ende des Spiels, das sind so Kaperungen, die muss man einfach machen. Aber der Weltrekord ist zur Zeit 15 Kaperungen und das Ganze in einer Stunde, 26 und 21 Sekunden durchgespielt. Die Speedrun Kategorie mit den wenigstens Kaperungen oder sowas ist auch noch nicht auf speedrun.com Leute, das wird aber kommen, ich bin mir sicher, dass es eventuell mit den Captures, also mit den Kaperungen noch runter geht, noch unter 15 eventuell und Leute, wirklich das Krasseste ist gleich am Anfang im Cascade Kingdom Leute, ihr könnt euch nicht erahnen, was die Leute dort machen. Man muss ja dort diesen Felsen kaputt machen, um letztendlich dort mit dem Change-Rom an den Mond ranzukommen, aber selbst um diese Kaperungen sind die Speedrunner drum rum gekommen Leute und zwar muss man dafür erstmal diesen einen Glitch machen, um sich letztendlich out of map fast schon rein zu glitchen dort. Dann muss man einen richtigen Frame-Perfect-Glitch machen an diesem Felsen und dann unter der Map und dann muss man den Mond von unten einsammeln, damit sich die Brücke runter fällt und das alles nur Leute, um letztendlich nur diese eine Kaperung aus dem Weg zu gehen. Und das finde ich einfach geil, solche Challenges in Mario Odyssey, finde ich nice und ich gucke mir sowas gerne an und ich habe auch Bock sowas mal zu machen, ich habe sowas Bock mal hier zu speedrunnen Leute und zwar will ich das in Form eines Streams machen, eventuell am Wochenende. Wenn ihr Bock habt Mario Odyssey durchzuspielen, es wird ein langer Stream, das wird wahrscheinlich in vielen, vielen Parts aufgeteilt werden. Das Ganze durchzuspielen, die Glitches zu testen und versuchen das Spiel durchzuspielen mit so wenig Kaperungen wie möglich Leute. Ich weiß nicht, ob ich 15 schaffe, was zur Zeit der Weltrekord ist, weil dafür musst du solche Glitches machen Leute, was einfach nur krank ist. Aber vielleicht mit euch im Stream werde ich es schaffen, ansonsten werde ich den Weltrekordhalter mit den wenigsten Kaperungen euch einfach mal hier in der Videobeschreibung verlinken, dann könnt ihr euch das selber mal angucken, der hat erst 200 Klicks Leute. Und das finde ich wirklich traurig, schreibt mal einen Kommentar, dass ihr von Theo kommt, ansonsten bin ich jetzt raus Leute, ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag, haut rein, ciao und tschüss, bis zum nächsten Video oder zum nächsten Stream vielleicht sogar, haut rein, euer Theo.